Was ist die Stimmung? Was ist die Stimmung? Was ist die Stimmung? Zuma Gewissern Bravo Hey! Gute Stimmung, steil Zirmschnaps Bilderbuch Gefällt mir sehr gut Liebe Geil, einfach geil. Heuer ist ja 10 Jahre, also super Stimmung und ich auch Obseits, in einem positiven Sinne Gemeinschaft Kunstminister Wahnsinn, jedes Jahr supergeil. Ich studiere den ganzen Jahr um eine Hand und auf Kunst befreie mich immer voll, dass es voll geil ist. Und es ist so geil, weil es so lässig ist, was wir da machen, deswegen mache ich es gratis, weil es so geil ist. Ich glaube, das ist der Sprung zum Erfolg gewesen. Ja, wieso? Ja, hast du es gut gemerkt? Sprungbreit Ich habe es zuerst schon mal gesagt, Zirmschnaps und da gibt es eine kleine Geschichte dazu. Wenn wir das erste Mal da waren, da waren ein paar Leute, die sind extra gekommen aus Wien und haben uns da zugeschaut. Die haben normalerweise so im Bürokuraten an und so. Und das war halt damals irgendwie so das erste Mal Grautscheid live zu sagen. Schauen, was die wirklich drauf waren und so. Und auch gerade da ist es passiert, dass uns dann nachher die Sonne aus der Jahr dann gesigned hat. Das war, das ist am Kunstby dann echt passiert. Das haben wir dann auch zusammen gesessen. Und von dem her aber immer schon haben wir eine extrem positive Verbindung damit, mit dem Kunstby Festival. Kunstby ist freier Eintritt. Kunstby sind super Bands. Kunstby sind super Leute. Kunstby sind einfach super. ...kunst zu Jessie alto ...kartier Eintritt